Was hast du seit Beginn dieses Krieges an dir geändert? Konkret, konkret. Dass du mir sagst, ich bin genauso wie vorher. Nein, nein. Was hast du geändert? Hast du eine Seite mehr Koran gelesen? Oh, jetzt fängt das Gerede schon wieder an. Wir sollen Dua machen. Dass dieses lächerlich machen über Dua und Ibadah, sagt nur jemand, der nicht weiß, wer Allah ist. Der nicht weiß, dass Allah sich einsetzen wird, wenn du dich einsetzt für deine Religion. Also durch Ibadah. Aber das Rumgeschreie auf der Straße, das wird die Situation nicht ändern. Und ihr könnt mir gerne ein Gegenbeispiel geben. Also wo eine Demo, wo die Leute dann gesagt haben, das tut uns aber wirklich leid. Wie viele seid ihr nochmal? Seid ihr 100.000? Oh nee, jetzt hören wir auf mit dem Krieg. Wo waren das? Wo ist das hier passiert, sowas?